Formstark Exportstark Erstklassig Kobra Formen GmbH Seit 1991 in Lengenfeld 300 Mitarbeiter am Standort 350 weltweit Die Kobra Formen GmbH fertigt Stahlformen für die Herstellung von Betonwaren, zum Beispiel Pflastersteinen. Darin sind sie weltweit führend. Im Jahr 2011 gehörte das Unternehmen zu den Top 100 der innovativsten deutschen Mittelstandsunternehmen. Das Rezept für den Erfolg sind die motivierten und gut ausgebildeten Mitarbeiter. Wir haben in Lengenfeld sehr viel investiert. Einerseits in hochmoderne CNC-Technologie, aber vor allen Dingen in junge Mitarbeiter. Das hat sich gelohnt. Heute halten wir 86 Patente in 140 Ländern weltweit. Um diesem Anspruch weiterhin gerecht zu werden, sucht das Unternehmen junge Menschen, die handwerkliches Interesse mitbringen, Verantwortungsbewusstsein besitzen und gute schulische Leistungen in den Fächern Mathematik und Physik vorweisen können. Hier habe ich die Chance, mich zu spezialisieren, bis hin zum Meister, um später dein Beruf nicht weiter zu können. Auf der ganzen Welt sind die Produkte der Kobra Formen GmbH im Einsatz. Das spiegelt sich auch in der hohen Exportquote von über 70 Prozent wider. Das Unternehmen gibt also nicht nur den Produkten, sondern auch deiner Ausbildung die richtige Form. Zerspannungsmechaniker, Mechanikerin. Voraussetzungen guter Realschulabschluss. Ausbildungsdauer dreieinhalb Jahre.